So, und schon geht's weiter bei Left 4 Dead. Genau, wir sind jetzt hier wieder auf dem Dach und versuchen unser Glück mal wieder. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben das jetzt auf leicht eingestellt. Genau. Einfach, wir haben einfach keine Lust, jetzt hat... Genau, ja, nee, ähm... Ich hab einfach keine Lust, jetzt 3, 4, 5 Mal zu fällen oder so. Nee. Deswegen, wie tät ihr schon mal denn? Ja, und hätten wir vorher aufgenommen, dann hätten wir noch gesehen, dass ich einen Erfolg, eine Errungenschaft freigestellt habe. Da war ja noch eine Hexe und wenn man die im Brand steckt, ja, das schallt dann eine Errungenschaft frei. Wollte ich jetzt mal so sagen. Okay, dann gehe ich runter. Ich bin auf dem Dach. Gut. Machen Sie sich für den Kampf bereit. Again. Na mal los. Okay, ich bin auf dem Weg, dann kommen Zombies. Das war super. Ich glaube, da kommt ein Boomer. Ja, ich bin richtig, ich bin woanders ein Boomer. Ich habe einen Boomer getötet. Ich habe einen Boomer getötet. Hast du? Sehr gut. Also es läuft schon deutlich besser. Auf jeden Fall, ja so. Leute, ihr verteidigt mich hier oben, oder? Äh, offensichtlich nicht. Danke. Kann ich nochmal dazu? Kann ich nicht angehen, dass jeder den Spaß allein hat? Ich habe mich gerade beschützt. Lade nach! Hast du? Hm. Echt? Ich muss das gerade aufpollen. Lade nach! Lade nach! Wo sind eigentlich noch welche? Oh, da hinten ist ein Tank. Ah, scheiße. Er kommt wieder hoch. Ist er tot? Nee. Jetzt aber. So. Toll, dankeschön. Bitte. Gerade heldenhaft hochgeklettert und dann fällt um. Wie so ein Kartoffelsack. Ich höre sie schon. Wo soll sie denn sein? Oh, warte. Äh, hier ist weg. Eigentlich übertrieben, die Entfernung da mit der Schuhe zu schießen, aber... Okay. Ja, jetzt geht es deutlich besser und... Diesmal schaffen wir den Level auch. Ich denke auch. Also, eventuell stellen wir es vielleicht später wieder auf Normal rum. Also, wirklich. Vielleicht. Weg. Oh, die kommen jetzt alle. Ich wollte gerade sagen, zu dir, aber ein paar kommen auch zu mir. Moment. Hat man ja gar keinen Spaß, wenn man nur an dem Gerät sitzt. Man muss schon... ...ne normalen Waffen nehmen... ...und dann richtig in die Action springen. Ah, haben wir es geschafft, haben wir es geschafft? Ich glaube, fast. Ein Tank. Ist es wieder ein Tank? Von wo? Oh. Ich habe es hier. Da. Der hat ja gar keine Chance gehabt. Louis hat den Boomer getötet. Sehr gut. Wieso läuft? Ah. Äh, ja. Wir sollten rennen. Ein Schrauberkopter. Komm, wie es auch ist. Äh. Komm, den Spaß geht nicht mehr so. Willst du es hier, einsteigen. Ja, ich bin auch nicht. Ja, in den Augen, du. Oh, kein Lust mehr. So, ich bin weg. Das wäre ja noch fast schon... War da schon nie ein Tank? Oh. Zwei Tanks. So, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, das war Left 4 Dead. Danken wir uns fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Projekt wieder. Ja. Natürlich. Das wäre ein kurzes Spiel gewesen dann. Die Überlebenden konnten fliehen. Yay. Ja, neun Minuten, das war halt jetzt. Der Level. Ja, ist der Abspann am Laufen, wie man sieht. Wir haben keine Schmerzmittel braucht, kein Verbandszeug, keine Rohrbomben. Ich habe natürlich zwei Molotow-Cocktails. Aber wir haben jeweils zwei Hunter getötet. Das ist schlecht. Ja, ich habe den getötet, der auch dir drauf lag, also oben zum Hubschrauber war das. Ach so. Hat die Witch am meisten gestört. Ich. Oh. Genauigkeit ist insgesamt 25%. Ey. Daumen nach oben. 320 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Ja. Die Verbindung wurde unterbrochen. Super. Ja. Äh, dann sieht man sich gleich wieder. So, und schon geht's wieder weiter bei Left 4 Dead. Ja, diesmal mit Crashkurs, ne? Genau. Vorher ist bei mir ja Steam abgeschmiert, beziehungsweise ich war auf einmal offline. Ja. Aber jetzt funktioniert wieder. Und, ja. Fangen wir an. Genau. Mit Crashkurs. Wenn wir mal wieder einen Crashkurs durch Left 4 Dead machen. Ha. Genau. Hm. Hm. Ja, und wir spielen erstmal weiterhin auf leicht. Genau. Ja, und wir spielen auch auf einmal. Ja, und wir spielen auch auf einem Crashkurs. Ja. 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 denn die übrühe künftig aber vielleicht wenn man der party kräftchen hat er irgendwas muss nur sagen wenn das spiel mehr vielleicht weiß man ja nie von mir ist noch nicht fertig wir sind weit gekommen wieso du bist noch nicht im spiel oder mir leidet noch okay dann warte ich kurz mal um uns herum sind schon zombies ja um uns herum nicht exakt da sind zwei da ist einer der hinten humpel bestimmt auch in europa verbindung unterbrochen steht bei mir ist es bei dir das gleiche wie bei mir vorher gewesen kann auch netten oder doch jetzt kann ich hier weiter und beitreten ja momentan haben wir kleine technische probleme ja kann man so sagen aber das hält uns nicht davon ab so müssen das können wir uns davon abhalten aber es lebt gerade es lädt er wieder ja Ladevorgang vor erläuft du nimmst sie jetzt am spielteil ja das ist aber auch noch nicht ganz fertig bei mir aber ich glaube jetzt bist du in gleichem spiel bist du nicht fertig schon mal ich will jetzt auch noch kein zombie töten wenn du noch nicht im spiel bist das wäre unfair ja da bin ich also wenn du mal dahin schaust wir sind nicht weit kommen wieso kann ich mich nicht bewegen wieso kann ich mich hä wieso bist du hin wo gehst du hin wieso bewege ich mich zurück wenn ich wenn ich nach vorne drücke ich habe keine ahnung ah jetzt so siehst du wie weit wir gekommen sind oh ja jeden Fall gut jetzt können wir oder ich habe nur eine Pistole ich habe nicht mehr die super tolle Schopplette wie soll unsere Waffen verloren das ist scheiße das Spiel scheiße das war ein Warnschuss sagt nie wieder das Spiel scheiße das Spiel ist toll besonders wenn ich triffe es ist so wütend dass du alle gelaufen läufst genau uh lade nach aber hoffentlich nur dein Magazin nicht das Spiel super schutz tot jetzt komm her hier liegt eine Rohrbombe typebomb liegt hier cool ich schau gleich hier hier ja ich komm her gleich vorbei bye